Was geht ab Leute, heute ist es soweit, nachdem wir die anderen Lucky Blöcke alle ausgetestet haben, kommen heute mal die Galaxy Blöcke für 800 Robux, Leute. Es wird sehr heftig, ich werde auf jeden Fall wieder gegen Kaspar kämpfen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, einen dicken Abo und natürlich auch auf jeden Fall noch einmal auf euer Handy drehen und dann auf jeden Fall mal einen dicken Drücker auf die Glocke da lassen, dann passt ja auch kein Video mehr. Ich würde sagen Leute, viel Spaß mit dem Video und Abfahrt. Ja, Kaspar, als ob ich dich nicht sehe. Was geht? Oh, ich sag's dir, heute wird es mega heftig. Weißt du auch warum? Warum denn? Weil wir heute die Galaxy Blöcke ausprobieren werden. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge, hatten wir hier diese Regenbogenblöcke, am Anfang hatten wir natürlich die gelben, dann die lilanen, dann die blauen und jetzt natürlich, die habe ich jetzt gerade leider nicht in der Hand, aber die Galaxy Blöcke. Und dann werden wir auch in der nächsten Folge die hier ausprobieren. Soll ich den mal aufmachen? Was ist denn das für einer? Das ist ein Voidblock. Ich mach den jetzt mal auf, okay? Ich hab einfach ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Items bekommen. Was? Was ist denn das für ein Ding? Okay, und ich habe anscheinend auch hier so ein, was ist das denn für ein Ding? Du, 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 du. Wow! Das ist ein Laserschwert oder sowas. Das sind ganz verrückte Sachen, aber ich würde sagen, Caspar, bist du bereit für die Galaxy Blöcke, dass wir die jetzt kaufen? Ich komme jetzt in die Galaxy Blöcke. Alter, 800 Robux kosten die einfach. Die sind mega teuer, ich weiß. Okay, dann müssen die halt mal geholt werden. Ich muss auch mal ganz kurz meinen Charakter zurücksetzen, damit ich ein bisschen Platz habe. Aber genau, 800 Robux. Sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Du hast sie schon. Okay, Kaspar. Zack, zack. Ey, jetzt habe ich nicht genug Robux. Haha. Och nee. Ich nehme mir vier Stück mit. Bis gleich. Oh, da hat er sich also die Galaxy-Blöcke gegönnt. 800 Robux. Ich sage dir nicht ohne gewesen. Richtig teuer, muss ich sagen. Aber die sehen echt heftig aus. Guck dir die mal an. Oh mein Gott, wie die auch aussehen. Also, ich mache direkt meinen auf. Ich mache auch meinen direkt auf. Wow. Wow, guck mal hier. So eine fliege Wolke. Alter, der Wolken-Surfer, sag mal. Die ist sogar voll cool. Die Wolke ist sogar perfekt. Mit der kann man voll gut fliegen. Hau rein. Alter. Ich habe hier nur so ein komisches Ding. So eine Libelle oder sowas. Ich sehe es auch gerade. Okay, pass auf. Ich mache direkt schon mal mein nächstes Ding auf hier. Guck dir mal das Schwert an. Zeig mal. Nein. Zeig mal. Nein. Ich habe auch nur ein Schwert. Ah, lol. Das werden die nicht geholt. Lol. Hä? Was war da denn gerade? Da war so ein Geist oder sowas, ne? Das, das, das war, ja. Alter, ich habe halt... Boah, was ich jetzt hier noch für ein Schwert habe. Dann hole ich mir halt noch mal hier ein paar mehr Lucky Blöcke. So. Oh, was ist denn das? Das kennen wir noch mal. Oh mein Gott. Okay, du hast die Ironman-Hände. Ich habe dafür diese Hände hier. Komm mal her. Oh. Oh. Ja. Ah, ich bin ihm gefallen. Was merkt ihr? Stell weg. Los, greif dir an. Okay, pass auf. Das werde ich mir merken, Kaspar. Das werde ich mir merken. Greif dir an. Komm her zu meinem Zornus. Zu meinem Zornus. Uuuuua. Aua. Greif mich noch an, du blöder Vogel, Mann. Was macht denn der Vogel? Komm mal, der zieht durch. Der zieht richtig durch, ne? Das zieht richtig durch. Aber das Ding ist, ich habe auf jeden Fall echt... Mann, du hast viel stärkere Waffen als ich die ganze Zeit. Ja, ja. Ich habe auch echt gute Sachen gezogen, muss ich sagen. Aber nur Schwerter, leider. Da wartet er jetzt schon. Okay. Oh. Hä? Ach du, boah, das ist zu dir teleportiert. Okay, dann hat es ja funktioniert. Ach, jetzt willst du hier warten, oder was? Okay. Ich warte hier nicht. Ich bin hier gar nicht. Ja, ja, das merke ich mir, Kaspar. Da wei ich schon mal einen auf. Oha, was ist das denn? Hä? Was hast denn du da? Ich weiß auch nicht, was ist das? Nein. Da guck dir kurz. Na, trau dich. Geh doch mal wieder hoch hier. Ach, das Ding kann Schie... Warte mal. Hä, okay. Hä? Alter. Was ist das? Das sind Schutzschilder. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal Gun. Lol, du kannst dich einfach wegtelepopieren. Wie kann ich die denn zurücksetzen jetzt? Ja, gar nicht. Ich glaube, du kannst immer zwei Stück setzen, sozusagen. Ey. Aua. Was ist? Okay, hau rein. Ha. Nee, ne? Oh mein Gott, schnell weg. Mana. 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 Ah. Oh Gott, lad nach. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist total genial. Ich brauche jetzt schnell wieder neue Lucky Blöcke hier aus. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Die, 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 die. Hab ich hier, ja? Den kriege ich noch nicht. Lol. Was habe ich denn hier für einen Lucky Block bekommen gerade? Was hast du denn? Ha. Ey. Ah. Alter. Was ist das denn? Voll gestürzt, sag mal. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ah. Ja. Oh Mann. Ich hab gerade was Heftiges bekommen. Du kriegst da so Rache, ich sag's dir. Ich wollte es gerade ausprobieren. Ich hab gerade was Heftiges bekommen. Oh, du wirst es bereuen, Kaspar. Was hast du da? Ich höre hier doch nur. Alter. Da kam es noch einmal angefahren mit dem Motorrad. Ich weiß nicht, was du meinst. Yo. Die. Lass mich doch raus. Ah. Okay, ich brauche neue Waffen. Ich brauche neue Waffen. Okay. Oh mein Gott. Ich mache Looping Block so. Ich seh's. Oh. Ich bin über den Wolken. Okay. Lol. Komm mal hoch hier. Da hab ich doch schon dein Motorrad angekriegt. Okay, so kann ich auch oben drauf kämpfen. Ah nein, kann man nicht. Ah, ich auch. Wow. Ich hab ein Laserschwert. Das bringt ja gar nichts. Aua. Ja. Du hast dich auch geholt. Ey, ich hatte so eine richtig heftige Bazooka. Toll. Du hast dich auch einfach geholt. Ich hab gerade. Toll, ja toll, ey. Endlich keine Waffen mehr. Nein. Nein. Du hast mein. Oh mein Gott. Das Ding ist richtig heftig, was ich habe. Oh mein Gott. Du hast mein Raumschiff zerstört. Was ist das denn? Zepter? Lol. Ja, kannst du was. Was ist für eine Waffe hier? Oh Gott. Was ist denn das für eine Waffe? Oh. Sag mal, die kann ja nur einmal schießen oder was? So, pass auf. Ich hab noch einen Block, hab ich jetzt hier, den ich ihn holen kann. Und damit hab ich anscheinend wieder neue Waffen oder so bekommen. Aber keine guten, glaub ich. Naaaaa. Wo bist du? Ich bin runtergefallen. Ah, perfekt. Gut, dann setze ich auch nochmal schnell meinen Charakter zurück. Meine Waffen sind nämlich ganz schön blöd, muss ich sagen. So, ganz kurz wieder vier neue Lucky Blöcke holen. Okay, ja, hol ich mir auch, hol ich mir auch. Aber dieses Mal, dieses Mal ziehe ich mal was richtig Gutes daraus. Oh mein Gott. Ich werde dich so holen, Kasper. Nee. Was hast du? Oh mein Gott. Was hast du da? Was hast du da? Ich geh wieder zurück in die Base. Ey, Mannu. Leute, hab ich dich auch geholt? Nein, nein, das nicht. Das denkst du. Ich bin Kylo Ren. Oh mein Gott, du bist einfach, du gamblest an meinem, du bist Spawn Trapper. Was ist das denn jetzt hier? Komm her jetzt. Okay. Du kriegst mich nie, Broxo, du kriegst mich nie, denn ich bin hier oben im Baum. Okay, ich hab noch einen Lucky Block, den ich auch machen kann. Bitte lass doch was Gutes drin sein. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh. Was ist das? Aua. Aua. Ich mach schnell auf hier. Was ist denn das? Okay, hier ist geschneidende Sicherung. Und? Oh mein Gott, was ist denn das? Na, mein Schuh. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich versteckt, hä? Du kriegst mich sowieso nicht, weil ich zu schnell bin. Ich hol dich noch, keine Sorge, Kasper. Okay, wenn du das denkst. Du bist nicht ewig unsichtbar. Ich bin ewig unsichtbar. Nein. Ja. Du hast dich geholt, obwohl ich uns... Du hast mal ein Schwert gesehen, ne? Ah, Mann, ey. Das ist aber auch stark bei dir, das Ding. Spüre die Macht. Oh nein, das schon wieder? Spüre die Macht, Kasper. Spüre die Macht. Ey, wie stark ist das denn? Oh mein Gott. Das ist ja übelstark. Oh mein Gott, das ist zu heftig. Du hast dir zu entkommen, sag mal. Ne, ne, hast du auch nicht, weil ich einfach... Oh. Oh. Hier jetzt? Oh. Also ich sag dir, ne? Okay. Du wirst draufgehen, Kasper. Ich sag dir, ich hab dir auch wieder was ziemlich Gutes gezogen. Das kenn ich auch schon. Ich krieg die ganze doofe Schwerter. Ja, ich auch, ich auch. Ich brauch jetzt echt langsam mal was. Bruno. Bruno, flieg. Oh, Kasper. Ey. Bruno, jetzt fliegt doch bitte los. Bruder, dann lass mich wenigstens raus. Nein. Du blöder Adler, Mann. Also wirklich, mach der nicht mal was für sein Geld. Alter, was hab ich denn hier jetzt, Kasper? Ja, hier eins, zwei. Perfekt. Mach ich auch direkt auf. Oh nein, das ist schon wieder so ein blöder Vogel, der hier im Weg ist. Okay, pass auf. Was ist das hier? Ah, auch nur ein Liederschwerter leider. Leil, was ist das denn? Das kannst du nicht, du kannst da nicht ausweichen, Digga. Ne, für immer kannst du nicht ausweichen. Nein, was ist das denn? Das ist ja mega stark. Ich hab ein heptiges Ding gehabt, ne? Hui. Das war ja mega stark, sag mal. Okay, komm Brooks, ich würd sagen, wir machen den finalen Kampf, oder was? Okay, ich würd auch sagen, ich seh mich mal ganz so zurück und dann werde ich den Kampf gewinnen. Ich warte hier. Ich guck in der Zwischenzeit, ob ich den Void-Lucky-Block mittlerweile mal wieder beanspruchen kann. Ne, den kann man auch nicht, das ist doch schon die Frage gezeichnet. So, ich würd mal sagen, ich mach meinen schon mal auf. Ja, mach mal. Alter, ich werd dich so holen. Was ist das denn? Oh mein Gott, du wirst so drauf gehen, Kasper. Was ist das? Okay. Was hast du denn? Schon mal das? Schon mal gut. Was hast du denn für Teile? Okay, dann mach ich noch einen auf. Ja, ich auch. Ich hab hier was richtig Krankes gezogen. Oh Gott, wieder so ein blöder Adler. Den brauch ich nicht. Was ist denn das für eine Pistole? Oh, ich hab auch was Heftiges wieder. Okay, dann hab ich noch. Okay, und letzten. Hier. Okay, ich bin gut vorbereitet für den. Oh, ich bin auch bis jetzt mega gut vorbereitet. So, und jetzt hab ich den letzten aufmachen hier. Zack, und das ist dann das hier. Na gut, bist du bereit? Ich bin bereit, und Abfahrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du denn da? Oh Gott, oh Gott. Okay. Du willst es also, Kasper? Ich will es. Die Machtgottes, die mir vorbeigeschworen wurde. Nee, nee, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich bin direkt down. Ja. Ich bin direkt down. Ich hab's doch gesagt. Ich werd gewinnen. Ich sag, sind denn diese, die Machtgottes hatte ich auch nicht einmal. Und du hast es direkt zweimal hintereinander. Und jetzt fliege ich dahin, wo ich hingehöre. Und zwar in den Himmel. Ich glaub, eher in den Abgrund. Okay, wir haben uns so, diesmal hast du bereits gefunden. Aber, wenn ihr wollt, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Runde machen, wo wir uns die Voidluckyblöcke kaufen, dann lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Ihr habt Kasper gehört, Leute. Wenn ihr vorne noch mehr sehen möchtet, lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt checkt euch die beiden Videos aus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.